Bist du fertig? Nein. Gleich. Ich meine hier das Zeug. Marina. Achso. Es ist fertig. Aber ich bin gleich fertig, ja. Das dauert bei mir nicht mehr lang. So, das zeigt. Der Inductionsmelder, der smeltet jetzt nämlich schön die Indarium-Dinger durch und dann... Dann wird das gut, meine Freunde, dann wird das gut. Und der Rest, der da noch drin ist, hole ich dann raus. Und wir müssen unbedingt mehr Festplatten machen. Die zweite Festplatte ist fast am Limit. Aber gut, ich habe jetzt auch jede Menge Zeug drin rumliegen. Dann müssen wir halt noch eine machen. Guck mal, ein Rottenflash. Wie kommt ein Creeperkopf da rein? Den habe ich da bestimmt reingelegt. Ah, nee, ich weiß schon, wie der da reinkommt. Weil die Mobfarm ist dunkel und da drin spawnen manchmal Viecher. Und wenn die halt dann da drin spawnen, dann werden die halt totgeschlagen vom Grinder. Und dann kommt es da rein. Da muss ich, ich tue sowieso grundsätzlich immer mal... Oh, wir haben hier Essence-Berries. Ja. Oh. Ich würde sie sparen. Für dann, wenn du sie brauchst. Neun... Der letzte Sünder hat der Castcraft einfach den Debitor seine 2000 Dinger weggefressen. 2000! Hatte der, ja. Alle weggefressen. Alle. Der hat sich auf Level 100 gelevelt. Nicht im Ernst. 2000 Stück. Wenn du das mal bei mir gemacht hättest, da wird aber was losgeglichen. Ich habe nur drei Arteid im Ernst. Warum habe ich nur so wenig mitgenommen? Hätte ich gesagt, pass mal auf Marcel. So geht das nicht. Äh, ich glaube das war... Und wir haben es vollbracht, meine Freunde. Hast du eine? Oder sechs? Ich habe fünf aus irgendeinem Grund. Und zu einem habe ich mich verrechnet. Egal. Lieber zu wenig als zu viel. Da kann ich ja nochmal nachproduzieren. Da brauchen wir nochmal... Äh, licht die ab. Da brauchen wir nochmal vier Stück. Da muss ich wohl nochmal losgehen. Arteid fehlt. Ich meine, ich mache mir nämlich dann hier... Also die Arteid-Platten. Ich weiß nicht. Ja, doch. Doch. Oder? Ich weiß sonst nicht, was man noch sonst drauf macht. Weil das ist halt bei dem Arteid, wenn man das drauf macht. Warte hier. Dann steht da, dass es tut's, wenn es kaputt geht. Also umso mehr es kaputt ist, umso schneller tut er abbauen dann noch. Extra. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt an dem... An der Durability von dem Hammer. Also hier an dem... Das einzige, was ich mir sorgen möchte, ist... An der Durability oder an dem RF, wer da zählt. Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt halt... Das habe ich ja schon mal gesagt. Ne, dieses Pulverized Shiny Metal. Das ist halt ein Nebenprodukt von Faroo's Ore. Und das bekommt man nur zu 10%iger Wahrscheinlichkeit. Also bei unseren 223 Ärzten würden wir da 22 Stück rausbekommen. Was halt nicht gerade viel ist. Mhm. Ich gehe nochmal Arteid suchen, ne? Ich mach das. Und wir haben 6 Batterien. Geladen. 0 von 50 MRF. Also 0 von 50 Millionen. Da haben wir jetzt halt 50, 100, 150, 200, 250, 300 Millionen. Da ist was. Das dauert zu lang. So, deswegen soll ich jetzt das hier ganz kurz... Ach man, lass mich doch in Ruhe. Ich wette, ich bereue es jetzt, dass ich es abgebaut habe. Was? Nein, 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 das wollte ich nicht. Die Maschinen, weil ich wollte ja noch Redstone... Redstone... Nämlich die Redstone-Energy-Konduit machen. Das ist ja nicht, wieviel ich jetzt brauche, weiß ich nicht. Dafür brauchen wir die 6 Stück bekommen wir da raus. 3 sind 6. Bitte hab noch Hartnett-Glas drinnen. Ich hab 60 Stücke gemacht. Läuft bei mir. Wieviel? Kobalt kann ich auch noch im Karten, bis ich mitnehme. Ach ja, ich brauch aber dann noch viel Redstone. Wie viel Redstone haben wir denn? Ich hab scheiße gemacht. Eigentlich ist das voll die Energieverschwendung, weil die Dinger, die haben ja alle Energie drinnen, die Geräte. Und wenn ich die abbaue, ist die Energie ja weg. Das ist eigentlich voll Energieverschwendung, was ich hier mache. Egal, wir haben genug. Aber egal. Jetzt find ich die ganze Zeit Kobalt, aber kein... Passt. Kein Adite. Wieviel brauche ich denn, um die zu befüllen? Ich brauch 200 MB, um eine Pipe zu befüllen. Also wenn ich 60 befüllen will, brauche ich... 200. Lass mich kurz überlegen. Pipe, machst du jetzt Pipes oder was? Ja, ja, natürlich. Brauche ich 120 Redstone, weil eins gibt 100. 120 Redstone. Ach, Redstone Energy Conduit machst du jetzt, ne? Ja, ja. Zum Glück haben wir 5000 Redstone. Ja, ich brauch doch auch ein bisschen Redstone, ne? So ein paar 400 oder so. Sind bei 6000... Nee, das kann ich nicht zulassen, Marcel, du verbrauchst zu viel. Wie jetzt? So, da habe ich 9000. Und ich brauche 120, weil es darunter keine Lava ist. 9000. Sechsten, also jetzt. Dann... 9.900. Boah, wie viel Kobalt hier ist. Das nehme ich jetzt alles mit. Wenn ich schon mal hier bin. 9.900. Das sind dann 10.000. Warte mal. 10.800. 10.800. Tanklauch. Naja, wenn ich da noch rumrechne, schmeiße ich das schon mal rein. Damit das schon mal durchgefeuert wird. Feuer. Also, Feuer. Feuer, frei. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, die Pipes lassen sich schnell herstellen. Das muss ich schon sagen. Egal, ich mache das jetzt einfach mal und gut ist, weißt du. Ja. So. Hier hinten wird ja noch zugespachtelt. Spachteln. In dem Server. Die Kiste hier, die kann auch mal weg. Die brauchen wir nicht. Der kann weg. Weg, 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 weg. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diesen Curse and Hammer mag. Nein. Mit dem kann man einfach kostenlos Sachen abbauen. Nix, reicht das da schon. Ach ja, übrigens für die, die den Stream gesehen haben. Äh, ich habe mir das Ding hier wieder gecheatet. Weil das war nämlich weg, weil der Server rumgespastet hat. Das Wireless Access Terminal habe ich mir zurückgecheatet. Weil der Server hat rumgespastet. Ich musste mein Inventar löschen, damit der Server wieder funktioniert hat. Und, ja. Oh, das Lied kommt schon wieder. Ist aber ein gutes Lied. Chipperdoodle heißt das. Das ist sehr gut. Jetzt dauert es. Jetzt muss ich warten. Redstone, 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 Redstone. Oh, wir haben schon 29 Stück. Ah, 30, 31 Stück. Gut, es reicht. Es ist noch einer drin. Ich will die weiter, weitermachen. Komm schon, Redstone, mach hinne. So, die Goldchest. Und das sind die Besten, ne? Besser geht nicht, ja. Ja. So, hier hinten, habe ich ja gesagt, hier hinten wird zugespachtelt. Wie, Wasser nicht mehr machen? Brauchen wir das Wasser da nicht mehr? Nö. Machen wir keine Obsidian mehr? Das kommt sowieso woanders hin. Achso. Ich spachtel hier hinten einfach mal mit Popplestone zu, ne? Ja, mach das. Warum ist denn die, ist der S-Milterie so langsam? Fakt den Entwickler. Habe ich eigentlich noch Pipes dabei, ey? Verstanden. Ich hoffe mal, das reicht, weil ich es jetzt habe. Für zwei haben wir. So. Ne, hier können wir auch noch zu machen. Genau. Weil hier kommen dann nämlich, äh, diese Dinger hier hin. Die kann ich ja mal ganz kurz produzieren. Produzieren. Bernhard. Produzier mich nicht. Produzier mich nicht. Da brauchen wir das hier. Und wir brauchen Knochenmehl. Wovon wir zum Glück viel zu wenig haben. Hm. Was haben wir denn noch? 95 Knochenmehl da drin. 200, 300. Ja, wir haben über 2000 Knochen. 2600. Also, wir können Knochenmehl machen. So, es war ab 6, äh, Son Energy Conduit MT sind noch da. Sind das so? Oh gut. 6 MT sind noch da. Gut, sehr geschehen. Ist alles aufgegangen, wie ich es wollte. Die 6 Stücke, ja, die, pfff, die können da rein. Ist mir gerade egal. Ist dann da noch drin? Mal schauen. 10 sind noch drin. Okay. So. Mining Speed 3,6. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ja. Ja. Ich würde jetzt, ja, danke, Funktion von Windows. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach, ne? Den Hammer. Mach doch. Mann, Marcel, mach doch. Weißt du, dass hier drin noch Kobalterz ist? Ich weiß, habe ich gerade reingetan. Ja, komm, mache ich das. Gerade hin, wir uns die reinschmeißen, in dein Gerät da. Da ist aber noch was anderes drin. Und wenn ich das dann, wenn ich das dann da rein tue, dann geht das dann nicht mehr. Dann wird es zu Ding, ne? Zu Manölium. Ja, das andere Zeug. Ich glaube, ich muss aber noch ein bisschen Adeid holen. Das reicht nicht für deinen Hammer. Ich will mir das beste Schwert machen und das dann Master-Schwert nennen. Das ist mein Wunsch. Das Master-Schwert. Mach das. Gar nicht irgendwie von Zelda oder so. So, jetzt müsste ich erstmal den Hammer aufwerten. Diese Dinge, wie die immer rumbacken, ne? Das ist immer lustig, mir dann zu gucken. Nee, ich kann rumbennen. Nee, ähm, jetzt will ich erstmal... Erste Mal. Hab das doch noch dabei. Ja, da gibt's da hinten nur noch die Modifier. Wo sind sie denn? So, wir wollen nämlich die hier machen. Das macht mehr Durability. Nee, Moment, das macht mehr... Doch, Durability. Die Color-Red, die hier. 100% mehr Durability. Speed. Ich mach mal Mining-Speed. Genau, Redstone brauche ich. Ist das doof? Genau, also ich brauche einen. Für... Die hier wollen wir machen, ne? Die hier. Ja, sag mal. Ich nehme mir mal ein bisschen Redstone raus, ne? Mhm. Also ein bisschen, so ein bisschen. Gondsch wenig so. Alles. Wir wissen das. Red, Re, Redstone da. Ich brauche mal so ein paar Blöcke. Gleich hasst mich Marcel. Du bist doof. Ich hab zwölf Blöcke gerade mal. Was machst du denn? Ach, Mann, ey. Ich will das Ding anschließen. Ja, dann schließ an, komm. Kann ich gerade nicht. Ich muss hier Sachen loswerden. Magisch hat nur neun drauf. Das kann ich dir auch erst mal. Die kann ich einfach mal hier platzieren. Die kann ich hier wieder umsonst abbauen. Ist ja kein Ding. Weil wir wollen halt das Zeug so viel verkleiden mit diesem Stein hier. Sieht eigentlich ganz nice aus, wie ich finde. Die Decke machen wir anders. Den Boden, dann machen wir Holz rein. So, ich muss ein bisschen Gas geben heute. Jetzt ist das schon mal schneller. Meine Speed 6 habe ich schon. Jetzt brauche ich noch einen... Genau, einhörblich. Dieses Ritz, das kann ich ja jetzt gerade nicht... Ich kann ja nicht reingucken, Schade. Ich möchte jetzt noch mal gucken. Ein Block habe ich freigelassen, ne? Ja. Hier hinten, weil hier wollte ich nämlich noch was reinmachen eigentlich. Hier. Da kommt dann der Tesseract hin, der die ganzen Items von... Ich brauche einen Diamant und einen Goldblock und einen Goldblock. Ja, den Block. Und den, dann wird er noch, äh... Ich muss erst mal das ME-System wieder fit machen. Ja, mach mal. Okay. Gut, wir hauen hier erst mal ein bisschen was weg. Das ist nämlich wichtig, dass wir noch mal was weghauen. Der Tesseract, der war... Wo war denn der? Der war hier ungefähr da. Ja, da war der, genau. Wir brauchen jetzt zwei Tesseract hier. Äh. Aber erst mal nur einen. Das ist so der zum Senden, ne? Ja, und der zum Empfang, den habe ich noch nicht. Den hätte ich jetzt erst mal bauen sollen. Aber egal. Ist ja egal jetzt. Wir brauchen jetzt erst mal einen. Weil... Wir machen das jetzt so. Schließ an jetzt. Ich will Energie haben. Ich brauche Energie. Ja, ich mach ja. Ach, weißt du, solange... Ich tue mal meinen neuen Hammer testen. Ich gehe mal da rüber und gucke mal, wie schnell der so ist. Ich wette, der ist noch langsam. Oder? Warte mal. Der 3... Doch, der doppelt so schnell wie meinen Hammer jetzt. Ist der schon. Der wird aber noch schneller. Kann ich schon mal versprechen. So. So, du hast wieder... Ja, das ist also... Schnell ist es schon. Also man kann schon sagen. Und gut aussehen tut er auch. Es ist wieder Energie da. Denn wir machen das jetzt so. Der Generator steht ja unten. Also der Reaktor. Und wir wollen halt die Energie-Dinger hier oben haben. Was wollte ich jetzt? Damit wir halt immer sehen, wie viel Energie das wir haben. Und deswegen mache ich das jetzt so, dass ich die... Hier hinstelle. So, zack, zack. Was, wir haben schon 200 Diamanten? Im Ernst? Und dann hier hinten muss ich voll machen. Das brauche ich. Ähm, wie heißt nochmal diese Dinger... Die man noch drauf macht. Zack, zack. Diese... Boah, wie hieß denn heißt das jetzt? Das wird hier nicht angezeigt, wie es heißt. So. Das hier. Dann schalte ich das hier ein, damit hier nichts schief läuft. Wie heißt denn das, was man in die einbaut, da? Wie heißt das? Ich meine nicht. Der Fluxcapicator? Ja. Gib einfach Flux ein. Flux, schuldig das? Ah, hier. Die zur Fluxcapicator oben ist ein, hat er mir jetzt ein, ja, er eingeschätet, klar. Ich schieh mir halt ein. Ich schieh mir halt ein. Wie ein, ich mach gar nicht zwei. Oder hat mir da von ein, ich schieh, er hat gedacht, er kann unerkannt, was schiehen, aber er steht auch gar nicht. Ja, 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 bezahlen sie alle und dann sind sie schwanger, weißt du. Hätte nicht. Und ich hab Energie, yay. Jetzt muss ich runtergehen und aufladen, warte mal. Dann geht das schon mal nicht kaputt. Ich schaue jetzt hier gerade mal alles raus, dass ich das hier hinten ordentlich verlegen kann. So. Gut. Und voll. Oben sind jetzt halt überall Eingänge, das heißt, oben kommt die Energie rein. Das sind die Redstone-Dinger. Eins, zwei, drei. Ach. Fünf, sechs. Warte mal. Hier kommt dann der Tesseract hin, den Tesseract könnte ich auch verstecken. Soll ich den hinter die Wand machen? Ach, das ist ja geil. Weißt du was? Das stimmt. Die Energie aus meinem Hammer benutzt auch mein Chat-Pack. Ich weiß. Ist ja geil, find ich geil. Sonst hätte ich nur acht. Das wäre ja sofort leer. 18k passen dann nur rein. Das wäre sofort leer. Dein Chat-Pack? Ja. Mhm. 7,73k. Und so hab ich dann 71,1k jetzt im Moment. Das Blöde ist halt, wenn du mit der Rüstung dann rumfliegst, dann wird dein Hammer leer. Ja und? Das sind 400... 40 Kals. Dasselbe Problem hätte ich dann auch, weil ich will mir ja diesen Handschuh machen. Dein Hammer leer, da ist ja so viel drauf. Und wenn ich die Quantum-Rüstung hätte, dann würde der Handschuh Energie aus meinem Hammer verbrauchen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da Silk Touch drauf machen soll oder nicht. Weiß ich nicht. So, das ist der Ausgang, das geht jetzt halt hier rein. Soll ich, ich mein, eigentlich will ich Silk Touch nur auf der Spitzsacke haben, Kevin. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob das was bringt. Und ich mach Silk Touch auf meinem... Das haben wir nochmal hier. Auf meinen Eisenhammer, ich mein so schnell... Das ist echt toll. Aber soll ich... Marcel, ganz kurz, soll ich den Tesseract verstecken? Oder soll ich ihn hier vorne hinbauen? Soll ich ihn hier hinbauen? Wo der Cobblestone ist? Nicht so laut. Nicht so laut. Ach doch mal. Ich bin ja fertig, Mann. Ich betank grad mal deine Smelterry, dann bin ich die Items hier los. Hä, was machst du? Warum leckt's denn jetzt bei mir? Was betankst du grad? Was ist denn jetzt los? Also Lava so gehört? Ich hab das richtig heftigen Frame-Drop. Soll ich den Tesseract hier hinmachen, wo der Cobblestone ist? Oder vorne hin, dass man es sieht? Machen von hin. Okay. Ist egal. Dann brauchen wir noch einen. Haben wir noch eigentlich Shiny Ingot? Weiß ich nicht. Ach, komm, 98 Stück. Das heißt, wir können noch neun Tesseracts machen. Das ist gut. Ich hab den Induction Smelter abgebaut, ne? Aha, ich hab null Herz. Also der macht null Herz einen Schaden jetzt. Der Hammer. Das soll er ja nicht. Er macht nur null Herz einen Schaden. Ich bräuchte mal einen Monster mal gucken. Ich teste dich mal. Und jetzt hab ich wirklich nur null Herz einen Schaden gemacht. Nur null. Ja, nur null Herz. Also gar nichts. Und jetzt ist hier bestimmt nichts. Doch da ist ein Schaf. Mal gucken, der teste es mal am Schaf aus. Ja, null Herz einen Schaden. Ich hab den, ich hab mit zwei Schlägen getötet. Klar. Er trägt drei Herzen. Standbound, du es nun. Ach so. Ich verliere null Herzen. Ach so, okay. Okay. Gut, dann geh ich jetzt nochmal in Netan und hol nochmal Adai, damit du deinen auch bekommst. Und das muss ich, ach so, das muss ich auch noch drauf nehmen. Mal gucken, wie schnell das jetzt hier geht. Das ist mit dem Ding ist eigentlich schon wieder total unnötige Zeitverschwendung mit den Geräten hin und her bauen. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das nervt mich schon wieder. Was meinst du mit hin und her bauen? Ja, dass ich die Geräte abbau und dann wieder hinstellen muss, weil ich doch noch was brauche. Weil ich das nicht zu Ende denke. Das ist doch stehen. Das ärgert mich immer. So, hier kann schon mal ein Eimer rein. Zack. Gut, dann brauche ich nur noch mein Rezept. Komm schon. Das heißt, ich baue nochmal Pulverize-Tin. Mein Jetpack geht leer. Mach hin. Wie viel brauche ich dafür? Kann ich damit eigentlich auch Klaus-Tan abbauen? Ja. Tess. Tess Erect. Hartnet-Glass müssten wir noch haben. Ist das jetzt gestorben? Nein, wir wirst jetzt wirklich gestorben? Mit einem Schlag? Okay. Ich habe gerade ein Gas mit einem Schlag mit dem Hammer getötet. Geil. Habe ich gehört, ja. Hast du gehört? Ganz leise. Okay. Habe ich irgendwie was so machen hören? Warum ist denn hier jetzt nichts? Sieht aber auch lustig aus. Los, komm, Schredder durch. Ah, da, du bist denn das vier Stück. Ah, Kobalt. Leid. So. Kann sein, dass es überhaupt nichts bringt, dass ich jetzt hier Adai drauf gemacht habe. Aber gut. Habe ich halt größeren Mining-Speed gehabt, ne? Dann will ich jetzt. Sterb. Schnee, das stirbt einfach. Hartnet-Glass haben wir noch zum Glück, okay. Aber brauche ich noch so eins von den Dingern. Okay, gut. Hauen wir noch eins rein. Haben wir ja hier noch Pythoim-Dust. Ich hoffe mal fünf reichen. Das kann man übrigens auch einschmelzen, diesen Pythoim-Tust. Da kann man sich eine Flut machen, das wo brennt. Was? Hm? 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 Vielen Dank.